Gib her das Ding! Ich hab keine Lü- Die Leben sinken so schnell wie meine Abonnenten. So schnell kann ich gar nicht gucken, so schnell sind die Leben weg. Da bin ich ja froh, dass ich mir ein schönes Polster angelegt habe. Der war doof, Mario. Was sollte das denn? Kannst du nicht mal aus dem Weg gehen, du? Lucky Two! Lucky Two! Lucky One! Geh lieber zu seinem Lucky One! Kollege. Oder so ähnlich. Darum er heißt. So ein Depp! 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 Arschloch! Nein! Geh weg! Ja! So! Juhu! Sequel X würde ich gerade sagen. Ne, ich meine natürlich... Mit Waypoint! Mit Waypoint! Mit Waypoint! Hier nimmt man natürlich noch den normalen Exit. Sofern ich den überhaupt schaffe! Arschloch! So viel zum Thema, falls ich ihn überhaupt schaffe! So viel zum Thema, falls ich ihn überhaupt schaffe! Geh mir nicht auf die Eier! Auf die nicht vorhandenen Eier! Auf die nicht vorhandenen Eier! Auf die nicht vorhandenen Eier! Ha! Bin ich nicht gut! Du 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 du! Wow! Arsch! Arsch Nummer 2! Das weinenn! Wie kannst du mein, äh... ...dingz mitnehmen? Mein, äh, P-Switch! Do you durfing my P-Switch mitnehmen? I naming mit, your p-switch! And I hebing off for you! Well, ich heb dich gleich mal auf! Ah, da kam Chuck zu ihm raus. Ah, nicht. Na gut, nicht. Das war nicht Chuck raus, das war er. Ach, das war ein doof, man hat auch keinen Chuck. So. Vorsicht, geh weg. Geh weg da, geh weg da. Woo, 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 woo. Woo, 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 woo. Ja. Ich bin gerade immer noch am überlegen, was ich überhaupt nicht lauern könnte. Ich habe überlebt es geschafft. Ich werde mir erstmal ein Schluck aus der Flasche genehmigen. Jetzt wird es züchen. So, lassen wir mal so die Musik durchgehen. Ein bisschen, du, 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 du. Gehen wir mal hin. Du, 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 du. Zwei Leben. Wieso, ich habe da eine sieben gebildet. Wir haben richtig eine sieben Leben. Ha, ha, ha. Egal, lass mir das mal. Ja, ha, 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 wir haben es geschafft. Okay. Alle Level soweit geschafft. Gehen wir hier weiter. Geh' ich untenrum. Geh' ich untenrum. Ich mag ab. Ich mag untenrum lieber. Ha, 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 ha. Ah. Ja, aber. Der Klang verkehrt. Wie kommst du nur auf so ne Scheiße, Junge. Wie kommst du nur auf so ne Scheiße, ey. Sollte aufhören, solche Bilder auf Facebook zu liken. Ha, ha, ha. Sonst. Werde ich irgendwann. Na ja, zu. So was weiß ich was. So was nicht Gutem. Ich hab übrigens mein Pilz verpasst. Uah. Da waren drei Leben. Wie hab ich die nicht bekommen. Wie soll ich denn die bekommen, ey. Wie soll ich denn die drei Leben bekommen, ey. Ich hab doch eh kein Leben. Warum soll ich denn... Wie soll ich denn drei Leben noch bekommen, weil ich eh noch drei... Brauch doch eh noch drei. Ich brauch doch eh noch drei, ey. Jetzt gibt's aber noch ein Castle, ja. So ein kleines Mini-Castle, genau. Das kommt gleich mal neben Ende. Gehen wir mal rein, ne. Och, nö. Nö. Sagt doch gleich, dass ihr mich hasst. Sagt doch gleich, dass ihr mich hasst. Ah, das ist ja schon Kai-zo-like. Ah, das ist Kai-zo-like. Ich like dich gleich mal, Kai-zo. Wohohoho. Alter. Willst du mich verarschne? Buh! Buh! Lass das! Lass das! Böse! Ganz böse! Hilfe! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Muss man runter!? Nicht egal! Häääää! Da kam die Säge des Zornes. Alter! Ich dachte, ich spiele noch Maso Mario World und ich... ...wie der Vorläufer von Kaizo Mario. Wow! Ah! 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 Oh! Neee! Ah! 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 Es ist einfach das Spiel. Geil. Kommst du nochmal? Kommst du nochmal? Oh, da kommt wirklich nochmal. Hilfe. Da kommt ja wirklich nochmal. Ach, das gibt's doch nicht. Nein, ich werde keine Safestates machen. Komm schon. Komm schon. Es ist einfach. Es ist ganz einfach. Was schafft man im Schlaf? Naja, nicht wirklich im Schlaf, aber... Wenn man schläft, kann man nix schaffen, weil man nicht weitervermacht. Aber man kann es schaffen. Ja. 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 Ich spacke gerade ab. Ist nicht gut. Ich bin absolut unseriös. Das geht nicht. Als Player müssen seriös sein. Und... Absolut perfekt. Huah! Ah! Ich hab's geschafft! Huah! Bleib um. Absolut perfekt und seriös. Keine Fehler. Man darf sich keine Fehler erlauben als Player. Das geht nicht. Darf man nicht. Äh... Da drüben gibt es nämlich noch was. Das weiß ich ganz genau.